Jetzt fliegen wir mal alle woanders hin und schauen wir, wer am längsten überlebt. Unklziv hier verstecken. Ich geh auf Frosty. Ach so, ist alles erlaubt oder was? Ist alles erlaubt. Okay. Du musst irgendwo hingehen, wo du ganz weit fliegen musst. Da ist ein Fräger Frosty hinten. Ach so. Das ist auch schlau. Wenn es ohne in einer anderen Richtung ist, dann muss er sich bewegen. Ich muss anders laufen wahrscheinlich. Daumen, daumen hinten an der Klippe runter und guck mich runter. Aber schlau. Hast du eine Paradise-Kaus-Same-Füllung? Bei mir ist es keiner. Ah, doch. Oh, lecker. Ich hole eine Lama am Berg oben. Klippe raus. Dann hol das halt. Peter, was tust du doch? Bist du bei mir oder was? Pist dich doch. Boah. Jetzt hört er Frosty. Der ist aber noch in der Luft. Nice. Nice, Alter. Jetzt läuft einer. Wo läufst du? Ich bin gespannt, wo die Zone ist. Das ist ein Schein. Oder wer Kli kommt. Ich habe mich echt ohne aus der Nacht voll weg. Geil. Jeder ist ja nicht weg. Ich bin da drin, oder? Du hast den Glück jetzt rumpf, oder? Ich bin zumindest der Bin dazu. Ich bin zumindest der Bin dazu. Ich bin da drin. Ich bin auch drin. Ich habe mich nicht. Du darfst gerade keiner kommen. Geh es ab! Geh es ab! Geh es ab! Braut, helft! Das Tanz habe ich gehabt, wenn du es bekommst. Schau her, helft mir nicht! Ich muss unbedingt das Lamm machen, das wir da im Berg haben. Geh wir ab! Mäuse mit! Du hast doch bloß einen Stern geholt! Aber ich habe ein Geschenk! Ich habe vierfach werfen. Ich nehme einen Luftballon. Riesenthema. Mit einem Busch nehme ich auch. Das ist geil, Leute. Du darfst noch einen Luftballon mitnehmen. Oh, ich habe beide. Dann lassen wir den Bigito. Hör es weiter auf! Wer pflückt denn da? Bei mir. Nein, nicht zu mir kommen. Nein, jetzt hört es halt auf. Mit dem Busch, da werde ich alles anders gewinnen. Unschuldig. Das weiß ich jeder. Der Busch ist geil, oder? Du hast die 4.000 Euro Wette von Monti und den absen. Ja. Oder Welt am Schluss mit den Luftballon zu nehmen. Das war geil, das haben wir glaube ich dreimal angeschaut. Das war so lustig, ey. Oh, jetzt habe ich noch einen Granatwerfer. Einen lieber. Oh, den brauche ich eigentlich gar nicht. Doch, den nehme ich auch nicht. Einen Granatwerfer und einen 4-Fachwerfer. Sonst habe ich ihn nicht. Ja gut. Wenn die viele Leute drauf haben, hast du nicht verroxt. Nein. Da habe ich noch ein Gold nicht. Ich flippe aus. Nein, kann ich nicht mehr. Das geht nicht. Oh, Verbände. Wir haben einen Busch gefunden. Ah, da ist ein Rift. Ich bin schon dabei. Hä. Ja, ist denn da unten. Wie kommt jeder her? Verzupf dich, ey. Das ist meine Gegend. Jetzt sag gerade, du warst beim Hirnhaus schon. Ja, lange sind wir. Oh Mann, Alter. Du warst beim Pflanzernichte gemacht. Das ist schon klar. Das Hirnhaus. Willst du da bleiben, oder was? Ja, ich habe einen Gottesluft. Scheiße. Ich bin mir nicht dabei. Ich habe nicht mehr Zeitluft. Oh, sauber gelootet, der Mike da. Weg mich am Arsch da. Oh, einen Slap. Malen wir noch eine Kiste auf. Pech, du hast da noch eine gewinnt. Oh, Ska. Hahahaha. Hahahaha. Ja, aber jetzt muss ich meinen AK fast nicht ins Wasser gewerfen. Ja, egal. Gib mir die Zeitluft euch, gell. Ja, ich lasse es liegen, ok? Ich lasse es liegen, ok? Ich lasse es liegen, oder was? Ja. Das ist im Hirnhaus, da muss das aber so auch nicht. Ich lasse es eins bei dir. Oh, ich bin schon angegangen. Ja, da fliege ich nicht. Ich wichse, du Greifflieger. Hahahaha. Ich war mit Kitzbein, Alter. Ich geh den Kreislauf, Alter. Hahahaha. Wolle in zwei Führungsdägen. Wolle in drei Führungsdägen. Hockst du wahrscheinlich auch noch mal Busch in Bleder, oder? Hahahaha. Hahahaha. Ah. Ah. Ah, die kommt, Alter. Das kann doch die Krieger vielleicht, oder? Ah, das kann der machen. Hä, helft dir zusammen. Die darf man wohl nicht, gell. Wer? Wunder Schiwago. Hahaha. Die hat auch viel in meinen Busch geschossen. Alter, Flieger! Ich geh ab. Es geht mir alles nicht so. Nein, bleib da! Du Schreiber! Der schießt auf mich, der Wichser. Ah, der schießt auf mich. Naaah. Wir sind wahrscheinlich hier. Ah, ich bin im Arsch. Ich bin der andere im Arsch. Er hat nicht checkt, dass du ausgestiegen willst, dass du wirklich gehst. Der ist auch ausgestiegen. Na dann, klipp noch einer. Ich muss ihn fertig machen. Oh, Mist. Hoho. Ich bin da. Ah, Fickzeug, hey. Okay, ich hab so eine gute Taktik gehabt. Ah, dann schauen wir mal. Kann ich zuschauen. Wenn ich da hinläuf habe, wo der Mist geschraubt ist, da liegt der Busch. Busch nimmt keiner an. Nein, der sitzt eh schon im Busch. Hahaha. Er hat mehr da unten. Oh, wir schießt er. Kannst du wieder gerne wichschen? Er ist der Babuse, ja. Bisschen. Hahaha. Peter, weiter geht's nicht mehr, oder? Nein. Du bist nicht in der Sonne, gell, Schibago. Ist ja schon klar, oder? Ey, mach den nicht angehen da hinten. Nein, den darf ich nicht angehen. Die haben einen anderen Fies. Schauen Schibago zu, oder? Jetzt eben nächstens was. Genau, ich weiß echt schon. Das Meer und die Sonne. Weiß nicht mehr um den vergessen, gell. Ich habe so ein Blass, ich tue sich die verdammt. Ich riskiere jetzt alles, gell. Was tust du? Gehst du auf Weiling rein, oder? Du bist natürlich auch schlau. Du zipfel da bei dir rein. No, Leute. Ich geh schon da. Gleich ins Rift runter, wenn du an die Kinder hineinspringst. Ich glaube, ich werde dir ja hinterher zugehen, ja? Die Richtung. Nein. Oder? Ja, alle. Dann kommst du da zu. Nein, nein, nein. Weil da kommen alle, da kommen alle rum. So kannst du es auch schaffen, bitte. Machierst du da? Hau es ab! Jetzt wird es intens. Du Pisser! Gehst weg! Was soll ich denn jetzt da nehmen? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt den Zhivago zuschauen. Das ist nicht ganz intens. Ach, ich nehme die Goldene, ist gar eine. Nein, versteckt sie anders. Das ist schon schlau. 15 Leute noch. Du brauchst einen Busch. Du brauchst einen Busch, oder? Du brauchst einen Busch. Ein Busch ist wichtig. Dann laufen sie an dir vorbei und checken sie. Aber so senkst du ja. Oder immer ein paar Mal eine. Ich glaube, wenn es geschehen ist. Nein. Ich müsste in die Zone. Wo war eine Busch? Du brauchst einen Flieger oder was? Ladst du auf ihm! Das sind vier Leute. Steht nicht schlau. Geht da unten rein, versteckt dich da irgendwo. Schau, dass du einen Busch findest. Die Busch kommen alle drei zusammen und holen wir den episch. Das war schon bei. Der Busch ist geil, da sieht man fast nichts. Es sind gerade noch zwei Dinge. Jetzt könnt ihr auch wieder fliegen. Wer ist denn da vor mir? Hau ab! Verröbe ich an jetzt! Schau da noch rein! Vielleicht ist da noch was drin. Au, 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 au! Das ist der Peter, oder? Nein. 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 Wann wir flippen, oder? Zwei. Sechs. Könnte jetzt zu Hilfe kommen, aber... Muss ich übergucken um mich, diese Scheiße. Du musst zum Babuse holen. Ich verfrüge dich. Geben wir es nur hin. Bleib da, du. Das passt schon. Da oben ist ein... Da ist kein Busch nicht. Oder ist das der Peter? Nein, jetzt dauert es nicht mehr so lange. Da oben ist... Hör, Babuse ist jetzt zum Busch. Du, du noch ein wenig looten, okay? Babuse, dein Ding, ich meine, dein Spitzhack. Geh. Da oben sind sie und da unten sind sie. Ah, ja. Ich muss wieder aufhauen. Das ist überhaupt nicht cool. Ah, okay. Ich sage, am Schluss helfen wir zusammen und machen wir den Himmel nicht ein bisschen. Das stirbt keiner. Wahnsinn. Ah, da, jetzt gehen sie noch. Da ist auch noch eine Ente. Um Himmels Willen. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer drei. Die haben die nicht gesehen, oder? Die ist wie wurscht. Die muss in die Zone, Alter. Ich bin in die Zone. Er ist erst mal, er ist weg. Der Mike sitzt neben mir, komischerweise. Ja, richtig. Da unten ist auch einer. Da laufen auch einer. Ah, ist wurscht. Du musst in die Zone, Alter. Nein, du musst in die Zone. Ah, Babuse ist raus, glaube ich. Ah, ja. Oh! Der Babuse holt's da, Alter. Oh ja, ich hole noch einen. Der Babuse holt's da, Alter. Der Babuse holt's da, Alter. Der Babuse holt's da, Alter. Oh ja, anders geil. Da legt's nochmal. Da ist ein Spider drin. Scheiße. Oh, Babuse ist raus. Oh, Babuse ist raus. Oh, Babuse ist raus. Das ist scheiß Flüger. Wie weit's jetzt sind da, eben hinterm Flüger versteckt. Da hab ich alle sich umgedreht, ja. Oh, Babuse ist scheiße. Jetzt werden da wahrscheinlich alle draufgegeben, irgendwie zu spät. Was? Ist das schon zweimal auf? Ja, wohnst du da einer? Ah, ich fahre, ich fahre. Ich werde nicht schiessen. Ich wusste ja noch schiessen. Ja, wohnst du da noch? Ich glaubst du da nicht. Ich weiß noch, nein. Rein noch. Rein noch. Ich fahre 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 noch Luftballon, Alter. Der ist da oben drin. Da oben jetzt hofft er. Jetzt bin ich jetzt gerade so scheiß ein Bauchfenster. Ha, jetzt gibt's auch nicht. Ach, piccki. Ah, piccki oder Unten, Alter. Ah, piccki oder Unten drin drin. Leitet noch an. Vielen Dank.